Herzlich Willkommen zum siebten Saisonrennen in der 2023 GT3 Series hier am BCS Racing Channel. Wir sind also in der zweiten Saisonhälfte angekommen in der 2030 Saison und wir haben noch weitere sechs spannende Rennen vor uns. Wir sind heute am Imagine Raceway für die Long Edition, für die lange Variante dieser Rennstrecke. 26 Fahrer starten hier heute rein mit Kevin Estre auf der Ball Position und mit acht spannenden Rundenforms. Die Top 3, Biagwidi, Gesamtheitungsführer nach 105 Punkten. Nach sechs Rennen ist ein starker Schnitt. Auf der 2 dann Grenier, Mercedes liegt fünf Punkte hinter, Biagwidi auf der zweiten Position. Da ist also alles noch sehr, sehr eng vorne. Auch fünf Punkte dahinter, Garcia auch mit 100 Punkten. Auf der 3 der Chevrolet Pilot auch weit, weit vorne zu finden. Die anderen in der Top 7, Portolotti auch 100 Punkte und Eng und Van der Linden 99 und Simpson 94. Also da ist alles noch drinnen. Da ist alles sehr, sehr knapp. Beisammen unter den Top 7. Wir gehen rein mal in die Aufwärmrunde und schauen uns dann gleich mal die Startaufstellung an für das heutige siebende Saisonrennen. Reihe 1 für Kevin Estre in Porsche und neben ihm steht Sully in Bentley. In Reihe 2 dann Calvin, Van der Linde neben Simpson im Acura, der auf siebener Gesamtheitung liegt. Van der Linde auf der 6, das könnten wichtige Punkte für beide wären. Auch wichtige Punkte für Fafus und Eng. Fafus auf der 8 und Eng auf der 5 in der Gesamtplatzierung. Auch die beide könnten also wichtige Punkte heute holen. Dann haben wir Clean im McLaren und Garcia, der angesprochene Garcia im Chevrolet mit der Nummer 63. Dann gleich der nächste Chevrolet, der Nummer 3. Das ist Ketsberg und neben ihm steht der Gesamtwertungsführende mit Pierre Guidi. Dann haben wir Bia Kaffa neben Peppa. Der Bentley Pilot Peppa, der braucht heute mal ein gutes Resultat. Das läuft bisher noch gar nicht. Dann haben wir Michael Grenier neben Makoviecki im Porsche. Auch hier geht es darum, für Makoviecki zum Beispiel mal Gutpunkte sammeln. Dann den nächsten Porsche mit Chaminet. Neben ihm steht Farnbacher im Acura. Dann haben wir mit der 34 im BMW Klingmann. Und neben ihm steht Milner im dritten Chevrolet, den es im Feld gibt. Dann haben wir noch Gounor im blauen Bentley. Und neben ihm steht Denisa Pilot Imperatore. Dann haben wir auch noch Götz im PWT Mercedes. Auch der immer nur im Mittelfeld zu finden. So ein richtiger Wake-Out, so ein richtiges gutes Rennen fehlt. Und neben ihm steht noch neben ihm steht Tony Villanda. Und dann eine komplette Lamborghini-Reihe mit Mirko Bortolotti und mit Dylan Pereira. Und dann auch noch eine komplette Mercedes-Reihe mit Valilco und mit Luca Stolz. Acht spannende Runden. Und wir gehen jetzt rein in das siebte Saisonrennen. Let's go racing GT3 Series. Und Kevin Estre gleich mit einem guten Start. Kann hier gegen Van der Linde abdecken. Der kommt da mal nicht vorbei. Und hinten haben wir schon gesehen, wie es da ganz knapp wurde. Zwischen Simpson und Clean. Und das ist natürlich nicht gut am Anfang. Und da gibt es gleich ein Problem für Simpson. Simpson hat da gleich mal ein Problem. Und ist raus aus dem Rennen. Wir werden das später nochmal genauer anschauen, was da genau passiert ist. Aber auf jeden Fall gab es da vielleicht eine Berührung zwischen Clean im McLaren. Und zwischen Simpson im Acura. Aber wir schauen mal weiter rein. Clean allerdings hat einen guten Start erwischt. Er ist auf die 3 vorgefahren. Bereits vorbei am Bentley-Piloten Solé. Und vorne greift jetzt Van der Linde Estre an. Van der Linde innen vorbei an Estre. Und holt sich mal die Führung. Er ist der auf 2. Clean auf 3. Hinter Solé auf der 4. Ganz stark. Aber vorne mal jetzt hinten sehen wir Ketsberg. Vorbeigenannt Solé. Also der Corvette-Pilot auf die 4 vorgefahren. Was geht da hinten für die Corvette? Der wird jetzt gleich mal versuchen nochmal anzugreifen. Gegen Clean wahrscheinlich. Der deckt mal innen ab. Clean, aber kann er jetzt vielleicht in der U-Kurve da vorbeigehen. Clean, nein. Clean versucht den Angriff gegen Estre. Und Clean geht vorbei an Estre. Und holt sich den zweiten Platz. Starkes Überholmanöver vom McLaren-Piloten. Er ist auf die 2 vorgekommen. Stark gemacht von ihm. Van der Linde jetzt also unter Druck von Clean. Und dahinter sehen wir wie auch Fahrfuß an Solé vorbeigeht. Also der Bentley-Pilot mit keinem guten Start in dieses Rennen. Auch Fahrfuß vorbei an Solé. Jetzt deckt Van der Linde hier ab gegen Clean. Clean kommt einmal nicht vorbei. Sehr knapp an der Mauer. Hier innen vorbei. Wieder abgedeckt von Van der Linde. Jetzt geht Clean nach außen. Versucht es hier von außen. Kommt aber immer noch nicht vorbei. Denn Van der Linde deckt immer noch sehr gut ab. Van der Linde deckt zu spät ab. Und Unfall. Van der Linde deckt zu spät ab. Und kracht in die Mauer. Das war es für den Audi-Piloten. Da hat er jetzt einfach zu spät abgedeckt. Clean war schon auf der Außenseite. Und somit gibt es den Unfall. Ich glaube auch das Clean-Schaden. Ja auch Clean hat Schaden am Auto. Auch für ihn ist das Rennen so gut wie gelaufen. Und was ist hier mit Simpson passiert? Was war da los? Schauen wir uns das nochmal an. Simpson hier. Clean Fahrfuß war es da. Clean geht da rein. Fahrfuß aggressiv. Und Fahrfuß touchiert dann Simpson und Simpson mit Reifenproblemen draußen. Wir gehen da weiter. Drei Runden noch zu gehen. Und Estre ist wieder in Führung. Estre wird jetzt gegen Ketzberg attackiert. Direkt in den Satellit ab. Und Ketzberg holt sich Fahrfuß. Und Estre innerhalb von zwei Kurven. Ketzberg jetzt vorne. Und Estre unter Druck. Estre muss jetzt nochmal zurückkommen, wenn er hier das Rennen gewinnen will. Dahinter sind wir Kaffa auf die drei vorgefahren. Vorbei an Fahrfuß. Kaffa jetzt innen da gegen Fahrfuß. Und währenddessen immer noch vorne Ketzberg. Ketzberg vor Estre. Kann er das Ganze halten bei noch zwei Runden zu gehen. Estre jetzt hier in Führung. Ketzberg in Führung. Estre auf zwei. Kaffa auf der drei. Jetzt versucht Kaffa hier glaube ich innen gegen Estre reinzustechen. Und Kaffa ist jetzt auf der Innenbahn. Das ist die bessere Linie für ihn. Und er geht direkt vorbei. So mit Kaffa auf der zwei kann der vielleicht nochmal einen Angriff starten. Das wäre ja mal sensationell, wenn der Audi Pilot hier Van der Linde ersetzen kann und holt sich den Sieg. Aber schau mal Estre geht da jetzt innen nochmal gegen Kaffa rein. Und Estre holt sich die Position zurück gegen Pierre Kaffa. One lap to go. Ketzberg weiterhin vorne. Jetzt Fahrfuß auch vorbei an Kaffa. Das wird also nichts für den Audi Pilot mit dem Sieg. Jetzt Fahrfuß auf der drei. Kann der nochmal einen Angriff starten? Gegen Estre vielleicht? Jetzt kommt der Angriff innen gegen Estre. Und Fahrfuß scheint sich den Platz zu holen. Fahrfuß jetzt auf der zwei. Estre nur noch auf der drei. Aber vorne kann Ketzberg den Sieg nach Hause bringen. Oder startet Fahrfuß nochmal den Angriff? Es könnte ganz, ganz eng werden. Fahrfuß jetzt weit auf der Innenseite. Fahrfuß sticht innen rein und fährt zu weit. Das geht sich nicht aus. Ketzberg überholt ihn doch nochmal. Und Ketzberg gewinnt dieses spannende siebte Saisonrennen. Vor Fahrfuß und Estre. Sule wird vierter. Kaffa fünfter. Garcia auf sechs und eng auf sieben. Aber Niki Ketzberg ist der verdiente Sieger dieses Rennens. Der hat alles hier nochmal abgehalten. Und gewinnt dieses siebente Saisonrennen. Das sind die Top 7. Garcia, Eng, Biaguidi, Grenier, Fahrfuß, Estre und Ketzberg jetzt auf sieben vorgefahren. Die Top 6 innerhalb von fünf Punkten. Das ist mega knapp, was da abgeht zwischen den Top 6. Das ist also ein mega Fight, was wir hier dieses Jahr sehen. Potolotti auf acht. Fahnerlinde neun. Kaffa zehn. Simpson elf. Zwölfter Gunnar. 13 Fahndbacher. Und 14 Götz. Hier nochmal der Inzident zu sehen zwischen Fahnerlinde und Klin. Während wir jetzt gleich auf die Pätze 15 bis 21 schauen. Solé auf 15 vor. Makoviki 16. Milanda 17. Stolz 18. Klin. Und noch auf die 19. Klingmann 20. Und Milner 21. Und hier nochmal das finale Manöver. Fahrfuß setzt alles rein für den Sieg. Aber fährt ein bisschen zu weit. Ich dachte dann zuerst, dass Estre vielleicht noch vorbeikommt. Aber es ist Niki Ketzberg, der hier gewinnt. Chamonix 22., 23., Valilco, 24. Imperatori, 25. Pera und Charlie Pepper auf der 26. Wir sehen uns morgen wieder mit Rennen Nummer acht. Bis dahin. Ciao. Servus. 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 Servus.